Heute kompletieren wir den BFA-Motor. Zylinder und Zündung sind die beiden letzten Schritte, bevor der Motor im Roller-Chassis eingebaut werden kann. Anfangen möchte ich mit dem Zylinder. Das hat den Vorteil, dass später das Pleuel nicht mehr lose in der Gegend rumhängt, wenn ich an der Zündung arbeite. Allerdings werde ich erstmal einen Testaufbau machen. Das heißt, ich stecke den kompletten Zylinder mit Kolben zusammen und teste, ob die Überströmzeiten richtig sind, ob meine Quetschkante die richtige Stärke hat. Dann baue ich nochmal alles auseinander und baue es wieder mit Dichtmasse, mit dem richtigen Drehmoment und mit allen Teilen zusammen. Als erstes stecke ich den Kolben auf. Das heißt, ich brauche natürlich das obere Pleuelager oder das Kolbenbolzenlager, den Kolben und den Kolbenbolzen. Die Sicherungsclips mache ich noch nicht rein, weil ich noch nicht weiß, ob ich den Kolben nochmal abnehmen möchte oder irgendwas ändern möchte. Dann kommt als nächstes der Zylinder. Der Zylinder am BFA-Motor hat einige Besonderheiten. Zum Beispiel hat er einen extra verschraubten Auslass. Der wird hier mit vier Schrauben befestigt, aber das mache ich natürlich auch erst bei der Endmontage. Der Kopf des BFA hat auch eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten. Die erste ist, er wird mit einem O-Ring gedichtet. Das sorgt sehr zuverlässig dafür, dass keine Undichtigkeiten am Kopf entstehen können. Und vor allem wird er mit acht Schrauben fixiert. Also das sorgt für einen besonders gleichmäßigen und zuverlässigen Abdichtungszylinderkopf. Damit ich den Zylinder nach unten zum Motorgehäuse abdichte, brauche ich eine Papierdichtung. In jedem Zylinderkit sind zwei Dichtungen enthalten. Eine mit ungefähr 0,15 Millimeter Stärke und eine mit 0,3 Millimeter Stärke. Für den ersten Test nehme ich als erstes die mit 0,3 Millimeter Stärke und schaue mal, wo die Messwerte dann liegen. Das geht beim BFA auch recht schön und leicht und die Dichtung hat auf Anhieb auch die richtige Form mit den Überströmkanälen. Jetzt kann ich als nächstes den Zylinder aufstecken. Als erstes schrauben wir jetzt den Zylinder am Motorgehäuse fest. Da reichen im Prinzip zwei Muttern, da ich ja nur testen will, ob alle Maße still. Verschraubt wird der BFA Motor mit diesen speziellen Muttern, mit einem Bund, mit einem 8er Gewinde und einer 10er Schlüsselweite. Am besten ihr nutzt dazu einen kleinen Steckschlüssel, damit ihr besser auf die Mutter und zwischen die Kühlrippen kommt. Und die Muttern haben auch den Vorteil, dass sie selbst sichern sind, was beim Probeverbraunen Nachteil ist. Also der Zylinder sitzt jetzt auf dem Motorblock und als nächstes möchte ich die Steuerzeiten kontrollieren. Zum Messen der Steuerzeiten verwendet man am besten eine Gradscheibe, dann einen Adapter, um die Gradscheibe auf der Kurbelwelle zu befestigen und dann haben wir noch unser Zeigersystem. Das kann man sehr einfach am Motorgehäuse befestigen, aber wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Als erstes drehe ich den Adapter auf die Kurbelwelle. Das muss nur handfest sein. Dann kommt meine Gradscheibe und als letztes kommt das Zeigersystem. Das kann ich auf verschiedenen Gewinden befestigen. Zum Beispiel, wenn ich das auf einem Lambrettergehäuse verwende oder hier, wie in dem Fall für Vespa. Dann habe ich hier einen Zeiger, der kann auf diesen Bolzen gesteckt werden. Der zeigt genau auf die Gradscheibe, wenn ich das richtig einstelle. Und jetzt kann ich hier eine Gradzahl ablesen und jetzt gibt es verschiedene Methoden, um die genauen Steuerzeiten zu ermitteln. Manche Leute verwenden Fühlerleeren und stecken sie zwischen Kolben und Überströmkanal oder beziehungsweise Auslasskanal, Oberkante. Und manche Leute halten auch Licht von unten in den Zylinder, um einen Lichtspalt zu sehen. Wichtig ist, dass man die gleiche Messmethode verwendet immer, damit man auch zu sich selber eine Referenz hat, wenn man etwas verändert. Ich mache das halt auch immer nach derselben Methode. Und zwar nehme ich Licht, aber mache keinen Lichtspalt, sondern das Licht nehme ich nur, damit ich gut sehe. Und versuche immer einen Punkt zu finden, an dem Überströmkanäle beziehungsweise Auslass tatsächlich sinnvoll aufmachen. Wenn man nur den Lichtspalt nimmt, hat man häufig zu viel Grad. Wenn man eine Fühlerleere nimmt, hat man zu wenig Grad. So, also jetzt habe ich den Kolben dahin gestellt, wo die Überströmer gerade aufmachen, direkt an die Oberkante. Und jetzt kann ich hier den Zeiger genau auf 0 beziehungsweise 360 stellen. Kontrollieren nochmal. Kolben steht noch richtig. Vorsichtig hier wieder anziehen. Und jetzt drehe ich den Kolben über den unteren Totpunkt. Jetzt habe ich den Kolben über den unteren Totpunkt gedreht. Und der Kolben ist wieder an der Stelle, wo die Überströmer öffnen. Wie man sieht, bei 360 Grad habe ich angefangen. Jetzt habe ich gemessen, 240, 235, 234, so ungefähr dazwischen steht der Zeiger. Also 360 minus 235 ergibt 125 Grad. Das ist im Prinzip exakt die Steuerzeit, die der BFA-Zwinde auch serienmäßig haben soll. Ich bin ungefähr ein halbes Grad drüber. Das liegt locker in der Messgenauigkeit. Okay, jetzt mache ich das Gleiche nochmal für den Auslass. Jetzt stelle ich wieder die Scheine auf 0. Kontrollieren nochmal, ob sich nichts bewegt hat. Nein. Und jetzt fange ich wieder an zu drehen. Der steht jetzt auch an der Oberkante. Und ich bin auf 180,5 oder beziehungsweise 179,5 natürlich. 360 minus 179,5 Grad, also 180,5. Das halbe Grad fällt locker unter die Messgenauigkeit. 180 Grad ist exakt das, was BFA im Auslieferungszustand für den Zylinder vorgibt. Und genau diese Zeit haben wir hier auch. Als nächstes möchte ich noch messen, ob meine Quetschkante noch stimmt. Das bedeutet die Distanz zwischen Kolben und dem Zylinderkopf im oberen Todpunkt. Und um das zu machen, verwende ich einen einfachen Trick. Ich nehme Lötzinn, lege den Quer in den Zylinder, verschraube den Zylinderkopf und drehe den Zylinder einmal über den oberen Todpunkt. Und dann kann ich an dem Lötzinn genau nachmessen mit einem Messschieber, wie groß die Quetschkante ist. Ich gehe davon aus, dass hier ungefähr 1,7 Millimeter Quetschkante entstehen soll. Deswegen bin ich mal optimistisch und nehme 2 Millimeter Lötzinn und lege den einmal quer in den Zylinder. Damit es auch besonders genau ist, mache ich es über Kreuz. Jetzt nehme ich den Zylinderkopf. Und verschraube den mit 4 Schrauben. Um die Quetschkante zu ermitteln, reichen 4 Schrauben aus. Ich will ja nur, dass der Zylinder fest drauf sitzt. Aber natürlich schon in exakt der Höhe, in der er später auch im Betrieb sitzt. Und jetzt drehe ich einmal den Kolben über den oberen Todpunkt. Jetzt nehme ich mal die Scheibe hier ab. Schon ein schlechtes Zeichen. Anscheinend wird das 2 Millimeter Lötzinn nicht gestaucht. Schauen wir mal nach. So, und wie wir sehen können, sehen wir nichts. Die Quetschkante war jetzt eigentlich im nicht messbaren Bereich mit dem 2 Millimeter Lötzinn. Ich konnte nicht sinnvoll irgendein Messergebnis herausfinden. Also nehme ich jetzt die dickere Fußdichtung heraus. Und ersetze sie in die dünnere Fußdichtung und schaue dann mal, wie die Quetschkante genau aussieht. Das sind zwar nur 0,15 Millimeter Unterschied, da ich aber auf 0,7 hinaus will und ich 2 Millimeter Lötzinn hatte, kann es gut sein, dass das jetzt mit der Dichtung schon genau da ist, wo ich hin möchte. Zylinderkopf ist abgenommen und jetzt kann ich am Lötzinn messen, wie groß die Quetschkante ist. 1,7, 1,8, 1,7, 1,7. Also, ich messe von vier Enden 3 mal 1,7, einmal 1,8. 1,7 ist die richtige Quetschkante und der 1,8 ist wahrscheinlich ein Messfehler. Also sitzt der Zylinder jetzt genau da, wo ich ihn haben möchte, die Steuerzeiten stimmen, die Quetschkante ist auch genau richtig. Das bedeutet, jetzt nehme ich nochmal den Zylinder ab und baue nochmal alles richtig schön zusammen, wie es auch später sein soll. Den Zylinder habe ich nochmal gezogen. Jetzt wird alles nochmal vernünftig zusammengebaut, das heißt mit Sicherungsring für den Kolben, mit Dichtmasse, mit der richtigen Dichtung. Und natürlich fange ich als erstes damit an, den Aussatz anzuschrauben. Ein bisschen Dichtmasse drauf. Der Aussatzstütz wird ohne Dichtung geliefert, was aber auch okay ist. Den kann man schön mit Silikondichtmasse, High Temperature, AT heißt das bei Dürko zum Beispiel. Hier heißt das Spezial 250. Bei Wirt kann man das sehr gut zusammenschrauben und das bleibt dann auch dicht. Die Dichtung für den Zylinderfuß bestreiche ich auch immer ein wenig mit Dichtmasse. Allerdings nehme ich am Zylinderfuß keine Silikondichtmasse, weil Silikondichtmasse so leichte Würstchen bildet, die dann in den Überströmkanal reinstehen. In dem Fall nehme ich jetzt Hylomar. Es gibt aber auch einige andere Produkte, die da ganz gut funktionieren. So, bevor ich den Zylinderkopf montiere, lege ich den O-Ring in die Nut. Das muss man ein bisschen geschickt machen, dann geht es aber relativ. Schnell, der sollte reichen für die Dichtung. Und jetzt kann ich den Zylinderkopf montieren. Als nächstes geht es weiter mit der Zündung und da setze ich als erstes mal die Zündgrundplatte auf das Motorgehäuse. Ich richte die Zündgrundplatte erstmal grob aus. Die rechte Flanke dieser ausgenommenen Stelle markiert die Achse von Lager zu Lager und dann nehme ich erstmal die mittlere Stellung für eine grobe Vormontage. Aufpassen, dass die Kabel nicht eingeklemmt sind. Gut, als nächstes stecke ich das Polrad ohne Lüfterflügel auf den Konus mit dem Halbmondkeil. Dann ist es gesichert und ich kann es drehen. Als nächstes montiere ich wieder unsere Gradscheibe und den Zeiger. Als nächstes brauche ich dieses Teil, einen Kolbenstopper. Den schraube ich oben in das Kerzenloch. Dadurch wird der Kolben blockiert und davon abgehalten, über den oberen Trotpunkt zu drehen. Das heißt, ich drehe ihn jetzt einmal im Uhrzeigersinn gegen den Kolbenstopper und stelle jetzt die Gradscheibe hier am Zeiger auf 0. Jetzt drehe ich einmal komplett in die andere Richtung, bis der Kolben wieder gegen den Kolbenstopper läuft. Jetzt lese ich den Wert hier ab, der auf dem Zeiger angezeigt wird und das sind 298 Grad. Also bedeutet das eine Differenz auf 360 Grad von 31 Grad. Jetzt kann ich den Kolbenstopper entfernen und 360 minus 31 sind 229. Ich kann hier den Kolben exakt auf den Totpunkt stellen. Die Gradzahl merke ich mir oder schreibe sie mir auf. Mein oberer Totpunkt ist jetzt bei 329 Grad. Und jetzt kann ich das Lüfterrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Zündungsmarkierung auf dem Polrad mit der Zündungsmarkierung auf der Zündgrundplatte markiert. Weil das ist der Zeitpunkt oder der Punkt, an dem die Zündung ein Funken abgibt. Ich habe jetzt die Zündungsmarkierung vom Polrad exakt auf die Zündungsmarkierung von der Zündgrundplatte gestellt und kann jetzt hier ablesen, welchen Wert hier auf der Gradscheibe angezeigt wird zum Zündzeitpunkt. Und das sind 352 Grad. Das habe ich mir notiert. Davon kann ich die eben notierten 329 Grad abziehen. Das bedeutet, es ist eine Differenz von 23 Grad. Ich habe also eine Vorzündung, eine Frühzündung von 23 Grad. In meinem Fall verwende ich die statische Version der Wapelzündung und möchte dort auf eine Grundeinstellung von 17 Grad Vorzündung kommen. Das bedeutet, ich muss die Zündung 6 Grad später einstellen. Und um das zu machen, nehme ich jetzt die Messvorrichtung wieder ab und kann hier unten anhand der Skala die Zündung 6 Grad später stellen. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier unten diese Skala, an der ich genau um 6 Grad verstellen kann. In dem Fall im Uhrzeigersinn, also später, weil ja aktuell die Zündung zu früh ist. So, fertig. Jetzt habe ich 17 Grad. Das ist eine ganz gute Grundeinstellung, um mit den Tests zu beginnen. Ich habe, wie gesagt, die statische Version, da kann man mit 17 Grad nicht viel falsch machen. Wie gut es dann läuft, werde ich später nochmal gegentesten. Als nächstes montiere ich Poolrad und Lüfterflügel. Was ich heute nicht montiere, ist die Zündspule, weil die in meinem Fall am Rollerchassis verschraubt wird und nicht am Motor. Aber jetzt mache ich erst mal die letzten Teile komplett. Als nächstes montiere ich den Lüfter. Der ist bei der Ausführung für den 306 BFA Motor hinten ausgenommen. Am besten die Originalschrauben verwenden. Die sind schon seienmäßig mit ein wenig Schraubensicherung versehen. Und so kann man den Lüfter auf dem Polrad sicher und dauerhaft verbinden. Als letztes muss ich natürlich noch das Polrad fest auf der Kurbelwelle verschrauben. Da haben wir unser schöneres Haltewerkzeug. Das kann ich hier auf die Lüfterflügel aufsetzen. Lockiere das hier einfach noch mit einer Schraube. So, der Motor ist im Prinzip fertig. Es sind alle Teile beieinander. Was noch fehlt, ist die Schaltraste, Vergaser, Zündspule, Auspuff. Aber das sind alles Sachen, die montiere ich erst, wenn der Motor bereits im Roller hängt. Für heute verabschiede ich mich von euch. Und bitte drückt die Glocke. Tschüss, bis bald.